Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Broker Finmax. Ich handle 60 Sekunden bis 2 Minuten. Mein Starttrade beträgt hier 2000 Euro. Zunächst suche ich mir einen passenden Trade nach meinen Einstiegskriterien im Metatrader 5. Hier steige ich ein und gleich nochmal. Eigentlich wollte ich nur 60 Sekunden bis 2 Minuten rein, aber Finmax bietet das aktuell nicht an. Aktuell ist sehr viel los, eine hohe Volatilität vorhanden. Vielen Dank. Vielen Dank. Noch 3 Minuten. Beide Trades sind deutlich im Gewinn. Aktuell steigt der Kurs weiter. Beide Trades sind deutlich im Gewinn. 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 Vielen Dank. Noch eine Minute. Beide Trades sind mehr als deutlich ein Gewinn. Sollte eigentlich nichts mehr schief laufen. Also besser geht es nicht. Beide Trades sind mehr als deutlich ein Gewinn. Perfekt gelaufen. Bis zum nächsten Mal. Adios.